Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Ja, es ist Freitag, somit auch wieder schöne XRP Zeit. Wir schauen uns mal an, was hat sich diese Woche im Chart getan, was können wir möglicherweise nächste Woche für den Chart erwarten und es gibt möglicherweise bullische News, was XRP bzw. auch eine Listung wieder anbetrifft. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf regelmäßige XRP oder sonstige Updates, joint da gerne rein, Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei 0,41 US-Dollar Cent. Es hat sich wenig getan diese Woche. Wir hatten zwar nochmal eben diesen Impuls, wo wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen haben, hier in die 0,43er Region. Für mich der Fahrplan immer noch klar, die 0,44 US-Dollar Cent bzw. hier oben die 0, knapp 46 US-Dollar Cent. Das ist die Marke, die es gilt für XRP zu brechen. Wir haben wenig Handelsvolumen, was wir jetzt so im 4-Stunden-Chart gesehen haben. Das haben wir auch, ich bin mal so ein bisschen die News durchgegangen, das XRP-Handelsvolumen hat im letzten Monat noch mal um 13 oder 14% sogar abgelegt. Also es ist weniger geworden, auch kein gutes Zeichen. Das spiegelt sich natürlich auch im Chart wieder. Umso weniger Handelsvolumen, desto weniger Bewegung sehen wir natürlich auch im Chart. Und das sehen wir jetzt die letzten Wochen immer wieder. Klar, wir hatten diesen Impuls eben hier hoch, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Aber im Gegensatz zum gesamten Markt, wenn wir uns die ganzen Altcoins und Sonstiges ansehen, haben wir es nicht mal geschafft, den FTX-Wick hier oben, das ist diese blaue Linie mit diesem 0,46 US-Dollar Cent, zu knacken. Und da ist für mich immer noch so dieser Trendwende-Bereich. Überall knacken wir diesen Bereich, überall sind wir so ein bisschen geresettet worden vor dem ganzen FTX-Debakel, nur bei XRP eben nicht. Und das ist eben die Zone, die müssen wir brechen, um, sage ich mal, auch die Liquidität darüber abzufischen. Weil hier oben sind eine Menge Short-Orders reingegangen. Und wie lange oder wie viele Monate wir jetzt eben hier nicht mehr da waren. Wir sprechen hier von knapp drei Monaten mittlerweile, wo wir in solchen Verhältnissen nicht mehr waren. Nur in einer riesigen Akkumulationsphase. Ja, und wir haben keine Bearish Divergence mehr, weil wir keine höheren Hochs mehr gebildet haben. Ganz im Gegenteil, es liegt momentan nichts vor. Wir müssen, wenigstens der erste Step wären hier die 0,43,30, um dieses Hoch hier rauszunehmen. Lieber wäre es mir, wie gesagt, die 0,46, um das ganze FTX-Debakel hier erstmal zu resetten. Und dann können wir auch ein neues Chart-Bild erwarten, beziehungsweise auch hier hoch mal in die Region um 0,50 US-Dollar-Cent endlich mal zu steigen. Aber ich habe ja gesagt, es gibt möglicherweise bullische News. Und zwar steht möglicherweise wieder ein Coinbase-Listing an. Und Coinbase, jeder kennt die Börse, da ist eben eine Menge Handelsvolumen auch drauf. Oder was den Kurs dann auch endlich mal beflügeln könnte. Weil es ist so, XRP ist immer noch auf manchen Börsen delistet, darunter auch Coinbase. Und da gab es jetzt eben auch von der SEC was, dass es eben auf Börsen, das nicht als Wertpapier gilt. Und deswegen überlegt eben Coinbase oder gehen jetzt wieder diese Gerüchte rum, okay, Coinbase könnte XRP beziehungsweise Ripple hier wieder auf jeden Fall listen. Es wären grundsätzlich gute News für Ripple, beziehungsweise endlich auch mal wieder mehr Handelsvolumen. Weil das fehlt uns einfach die letzten Wochen. Und bevor wir nicht eben mehr Volumen hier in diesen Markt reinkriegen, desto länger kann sich auch diese Seitwärtsphase führen. Natürlich ist es positiv, wenn man zu solchen Kursen monatelang akkumulieren kann. Trotzdem ist es natürlich auch langweilig für Investoren oder auch für neue Investoren oder auch Trader wie mich, sich hier die ganze Zeit diesen gleichbleibenden Kurs anzugucken. Es ist nicht im Sinne von Tradern, von Investoren oder so, wenn die ganze Zeit nur was halt wird. Jetzt ist es egal, wie die Aussichten die nächsten Monate oder Jahre sind, wie positiv die sein können. Es ist einfach sad. Und dieses Volumen brauchen wir. Deswegen sehe ich das einerseits als bullische News, auch wenn es noch nicht bestätigt ist. Aber es könnte ein wichtiger Step sein für die nächsten Wochen und Monate. Wir blicken jetzt noch mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Auch hier hat sich wenig getan eigentlich, muss man auch so fair sein. Volumen geht sogar wieder ein bisschen raus. Wir hatten diesen Peak und darüber haben wir letzte Woche eben gesprochen. Diese 0,43, da liegt eine Menge Volumen noch hier oben. Und das würde ich mir gerne noch fischen. Das ist halt jetzt wieder so ein bisschen, es geht jetzt wieder mehr ins Trading-Thema. Dieses Volumen brauchen wir hier oben, um auch wirklich mal eine Reaktion zu sehen. Weil momentan, wir sind in einer No-Trade-Zone für mich. So nenne ich das immer, wenn hier momentan einfach keine Trades möglich sind, meines Erachtens nach. Hier oben ist dann eben das Bild schon klarer. Entweder hier die 0,44 oder 0,46 dort oben. Entweder Short oder Long, je nachdem wie das Volumen ist. Kriegen wir hier natürlich, was wir auch schon mal besprochen haben, hier wirklich nur so ein kurzes Higher High mit Abverkauf und einem Daily Close unter diesem Hoch hier eben bei diesen 0,43. Ist es für mich Liquidity-Mining, also was heißt Liquidity-Hunting oder Stop-Loss-Hunting eher. Wir holen uns die Liquidität, die da drüber liegt, switchen die rum und machen dann eben diese Trendwende. Und das wäre für mich momentan jetzt nicht das unwahrscheinlichste Szenario einfach. Wenn wir jetzt einfach nochmal hier das kleine FIP-Level dazulegen oder beziehungsweise das große von dieser ganzen Bewegung, momentan zumindest, sind die 0,34 einfach weiterhin nicht ausgeschlossen. Und es wäre charttechnisch besser, Liquidität hier oben zu holen, von mir aus tieferes Hoch zu kriegen, beziehungsweise höheres Hoch, aber auf Schlusskurs, auf Daily-Schlusskurs ein tieferes Hoch. Und dann Abfahrt von mir aus Richtung 0,34, dann kommt eben endlich mal ein bisschen mehr Bewegung rein. Und wenn dann dieses ganze Coinbase-Thema auch mal wieder dann Fahrt aufnimmt, beziehungsweise andere Exchanges dann wieder listen, wäre das einfach nur längerfristig auf jeden Fall positiv. So lange befinden wir uns weiterhin in der Seitwärtsphase. Ich akkumuliere momentan, bin ich ehrlich, auch nichts mehr. Also wir haben jetzt die letzten Monate seit Mai genug Chancen gehabt. Ich werde jetzt auch hier nicht auf Ultimo erst einmal nachkaufen. Ich warte dann eher hier auf diesen 0,34er-Bereich wegen der Vector-Candle, wegen der Ineffizienz. Und dann eben diesen Pump nach oben und dann hoffentlich auch mit deutlich, deutlich besseren News. Und dann sind auch die 0,50 auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Wie weit es dann geht, wir müssen es wirklich von Woche zu Woche, sag ich mal, anschauen. Von einem Dollar möchte ich jetzt momentan noch nicht reden. Da fehlt uns einfach das Volumen. Und solange das nicht reinkommt, müssen wir mit dieser Situation oder dieser Seitwärtsphase erst einmal leben. Aber wie ist eure Meinung? Denkt ihr Coinbase wird XRP endlich wieder listen? Werden wir da deutlich mehr Bewegung sehen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein oder eure generelle Meinung zu XRP. Würde mich auf jeden Fall riesig interessieren. Doch das war es jetzt wieder für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Lasst das Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, teilt das Video in eurer XRP-Fan-Community, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.